Hallo Freunde der schonungslosen Unterhaltung. Heute knüpfe ich direkt mal an das Video über Alfred Kinsey und John Money an und widme mich dem Wissenschaftler, der die verstörenden Thesen dieser beiden Ideologen in Deutschland salonfähig gemacht hat, Helmut Kendler. Vielen ist diese Person durch die sogenannten Kendler-Fälle vertraut. Zu Kendler gibt es aber deutlich mehr zu sagen und dementsprechend fangen wir direkt mal an. Also, wer war Helmut Kendler? Im Jahre 1928 in Köln geboren, wollte er nach dem Abitur erst einmal Theologie studieren, um Pfarrer zu werden. Sein Vater verwehrte ihm aber das Studium und forderte, dass er eine technische Berufsausbildung absolvierte und so folgte erst einmal eine Schlosserlehre und danach ein Elektrotechnikstudium an der RWTH Aachen, welches er nach dem Tod seines Vaters abbrach und eine Dolmetscher-Ausbildung in Englisch und Französisch begann. Danach studierte er Psychologie, Medizin, Pädagogik und Philosophie in Freiburg. Er selbst lebte übrigens ledig und homosexuell und hatte drei Adoptivsöhne und einen Pflegesohn. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Theorie der emanzipatorischen Jugendarbeit. Hierzu mal eine kleine Ausführung. Auch Helmut Kendler verstand damals Jugendarbeit als engagierte, kritische Aufklärung mit dem wesentlichen Moment der Freiheit, als Antwort auf sozialpädagogische Verlegenheit der Moderne als Erziehungsinstitution, auf welche die Industriegesellschaft angewiesen ist. Aufgrund Autoritäts- und Repressionsarmut ist Jugendarbeit prädestiniert für die Aufgaben Mündigkeit und Autonomie. Bildung hat hier vor allem die Selbstständigkeit des Einzelnen im Sinne. Jugendarbeit fordert damit die Gesellschaft heraus, sich zur Bildungsgesellschaft und den Zielen der Steigerung der Freiheit und Mündigkeit zu konstituieren. Jugendliche stehen mitten im spannungsvollen Verhältnis von Utopie und Wirklichkeit. Jugendarbeit ist Vermittlungsarbeit zwischen Utopie, und Wirklichkeit. Jugendarbeit ist Bildung in Freiheit zur Freiheit. Bis hierhin ist ja noch alles in Ordnung und deckt sich auch mit vielen heutigen pädagogischen Konzepten. Wenn man sich aber das daraus resultierende Konzept der emanzipatorischen Sexualerziehung anschaut, wird es schon heikel. Kendler stellt da nämlich folgende Thesen auf. Sexualität ist eine von Geburt an zu fördernde Grundfähigkeit, die wie Sprechen oder das Laufen durch Übungen erlernt werden muss. Jedes Kind hat ein Recht auf ein eigenes Sexualleben. Bei der Sexualität geht es nicht nur um Fortpflanzung, sondern vor allem um Lust. Eine wesentliche Aufgabe der Sexualerziehung ist es darum, Kindern und Jugendlichen Begierde und Lust zu ermöglichen. Sexualerziehung muss rational begründet, wissenschaftlich fundiert und vor allem frei von Angst und Herrschaft sein. Sexualerziehung ist politische Erziehung, weil sie zu einer Veränderung der bestehenden Normen und Herrschaftsverhältnisse führen kann. Der politisch engagierte Sexualerzieher spielt eine zentrale Rolle. Er führt das Kind in eine selbstbestimmte Sexualität ein. Zudem heißt es, die Geschlechtserziehung seiner Zeit verurteilte er als repressiv und sexualfeindlich, denn sie sei auf die Zügelung des Sexualtriebs nicht auf dessen Entfaltung ausgerichtet. Die Regulation führte seiner Ansicht nach zu Depression, Missbrauch, Aggressivität und mangelndem Selbstbewusstsein. Das heißt, für Kendler ist die Gesellschaft zu prüde und zu oppressiv gegenüber der kindlichen Sexualität. Dementsprechend ist es wichtig, kindliches Lustempfinden ernst zu nehmen und kindliche Sexualität gemeinsam mit dem Kind zu explorieren, damit das Kind später zu einem mündigen Erwachsenen wird und Störungen vermieden werden. Die Politisierung der sexualerziehung greifen wir später und dann im Video über die Grünen noch ausführlich auf. Aber zurück zu Kendler als Person. Aufgrund seiner Expertise wurde er zum Abteilungsleiter für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung im Pädagogischen Zentrum Berlin und anschließend sogar Abteilungsleiter. Zudem arbeitete er als Gerichtsgutachter und Experte für Kinder- und Jugendsexualität. 1975 folgte seine Dissertation Eltern lernen Sexualerziehung, welches ihn in den Rang eines Doktors erhob. Diese Dissertation ist auch als Buch mit einer Auflage von 30.000 veröffentlicht worden. Ja, und jetzt ratet mal, wer diverse Buchantiquariate abgeklappert hat, um ein Exemplar davon zu bekommen. Genau, ich. Und deswegen kommt dieses Video auch etwas später als geplant. Und wisst ihr auch, warum ich dieses Buch unbedingt haben wollte? Also abgesehen von dem geschmacklosen Cover, auf dem Papa und Mama ihren drei Kindern anschaulich zeigen, wie man Liebe macht? Weil Zitate aus diesem Buch die Abgründe von Kendler besser vor Augen führen können, als ich es in eigenen Worten je vermögen würde. Wollt ihr einen Vorgeschmack? Ich wette, ich kann euch mit einer einzigen Buchseite zum Kotzen bringen. Der vierjährige Heino und die dreijährige Helga spielen in der Badewanne. Plötzlich guckt Heino seine Schwester an. Zuerst erstaunt, dann deutlich abschätzig. Und nun zeigt er auf ihre Geschlechtsspalte und ruft, Ätsch, du hast aber keinen Pimmel. Helga sieht an sich herunter, stellt fest, dass sie da unten tatsächlich keinen Pimmel hat, dass ihr da etwas fehlt und fängt bitterlich an zu weinen. Es muss nicht unbedingt in der Badewanne sein, dass unsere Kinder Geschlechtsunterschiede bewusst wahrnehmen. Wo immer das auch geschehen mag, wichtig ist, dass wir sogleich dazu Stellung nehmen und verhindern, dass das Wahrgenommene falsch aufgefasst, falsch verarbeitet und verstanden wird. Im Falle des kleinen Heino und seiner Schwester Helga könnte unsere Korrektur ungefähr folgendermaßen aussehen. Das stimmt aber nicht, Heino. Mädchen haben alles, was Jungen haben, sogar einen Pimmel. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Jungen ihre Geschlechtsorgane außen haben. Mädchen aber in, in der Geschlechtsspalte. Wenn Helga so nett zu dir ist, zeigt sie dir das mal. Helga hört bei dieser Erklärung bestimmt erstaunt zu, hin- und hergerissen zwischen Unglauben und Hoffnung, weil sie unsicher ist, ob sie wirklich auch einen Pimmel hat. Ist sie wahrscheinlich nicht gleich bereit, Heino ihren Kitzler zu zeigen. Vielleicht auch erscheint ihr der Kitzler zu klein, sodass sie fürchtet, erneut verachtet zu werden, wenn sie mit Heino nicht konkurrieren kann. Je nachdem müssen wir also zuerst Helga helfen, sich selbst richtig zu sehen. Wenn wir einmal allein mit ihr baden, fragen wir sie, denkst du manchmal noch daran, wie dich Heino neulich aufgezogen hat, weil er bei dir keinen Pimmel sah? Hast du dir inzwischen deinen Kitzler in deiner Muschi mal angesehen? Nein? Hast du Lust, dass wir uns den gleich mal zusammen anschauen? Am besten ist es dann, Helga setzt sich breitbeinig hin und wir geben ihr einen Taschenspiegel in die Hand. Zieht sie jetzt die Geschlechtsspalte genügend auseinander, kann sie ihre Klitoris gut sehen. Damit sie die Kleinheit nicht falsch einschätzt, erklären wir ihr dazu sogleich, du denkst jetzt vielleicht, ist mein Kitzler aber klein. Damit kann ich beim Heino nicht angeben. Doch stell dir nur mal vor, dein Kitzler wäre größer. Er würde dann gar nicht mehr in deine Geschlechtsspalte hineinpassen und außerdem wäre ihm ein Weg, wenn du das Glied von einem Mann in deine Muschi aufnehmen willst. Auf die Größe kommt es aber auch gar nicht an. Hauptsache sind die Gefühle, die du am Kitzler haben kannst. Diese Gefühle sind genauso schön wie die Gefühle, die ein Junge an seinem Glied hat, wenn er es reibt. Dein Kitzler kann auch genauso steif werden wie das Glied eines Jungen. Wenn die Aufmerksamkeit unserer Tochter noch nicht erlahmt ist, können wir ihr noch weiter erklären, dass der Hodensack ihrer Geschlechtsspalte entspricht und dass sie zwar keine Hoden, dafür aber Eierstöcke hat. Muss ich jetzt für euch im Detail darauf eingehen, was daran alles falsch ist oder reicht es für diejenigen, die darin nichts Verwerfliches erkennen, die Nummer von kein Täter werden einzublenden? Na gut, ich erklär's aber nur kurz. Also es gibt keinen Penisneid, das ist ein Konstrukt von Siegmund Freud und wurde mehrfach widerlegt. Geschlechtsspalte ist kein medizinisches Fachwort, man würde hier Vulva sagen. Die Titoris der Frau ist kein kleiner Pimmel und Mädchen sollten auch nicht denken, dass sie einen Penis haben. Man sollte Kindern nicht aktiv in diesem Alter ermutigen, sich gegenseitige Genitalien zu zeigen. Dies findet später in sogenannten Doktorspielen, also Körpererkundungsspielen statt, die man als Elternteil weder anregen noch unterbinden sollte. Man sollte ebenfalls kein Vulva-Watching mit einer Dreijährigen durchführen und die Dreijährige braucht auch nicht zu wissen, dass ihre Muschi das Glied als Mannes aufnehmen muss und sich das auch noch gut anfühlt. Auch die Erwähnung, dass lustvolle Stimulation am Penis durch Reiben ausgelöst werden kann, ist nichts, was ein Kind wissen muss. Der letzte Punkt geht immerhin darauf ein, dass manche Kinder vielleicht mehr Interesse haben und man die Vermittlung von Wissen an die Neugier des Kindes anpassen sollte. Generell lässt sich aber sagen, dass Kinder in dem Alter, wenn überhaupt, 10% der Informationen behalten, die man ihnen gibt. Das heißt, man kann es durchaus knapp halten. Bei Unklarheiten fragt das Kind sowieso nach. Kentlers Kernthesen dieser Doktorarbeit lassen sich recht leicht zusammenfassen. Voraussetzung dafür, dass Kinder ihre Fähigkeiten überhaupt dazu nutzen, Lust zu gewinnen, ist allerdings, dass sie zuvor lustvolle Erlebnisse im Zusammensein mit Mutter und Vater haben durften. Nur indem sie ein Sexualleben führen, können sie wählerisch und anspruchsvoll werden, können sie angeregt werden, ihr Sexualleben zu kultivieren. Die Eltern müssen lernen, zwischen sich und dem Kind so spät wie nur irgend möglich eine Grenze aufzurichten, damit der Spielraum des Kindes für sexuelles Handeln und Fragen möglichst wenig eingeengt wird. Ja, keine seiner Thesen in diesem Buch ist übrigens wissenschaftlich evident aufgearbeitet oder mit Fakten untermauert. Es ist einfach nur ein Gedankenkonstrukt, welches er als Faktum, also als eine unumschlüssige Wahrheit darstellt. Leider ist der Ausdruck von oben bei weitem nicht die einzige heikliche Stelle in dem Buch. Wollt ihr mehr Beispiele? Wahrscheinlich nicht. Ihr müsst sie euch aber trotzdem anhören. Immerhin musste ich den ganzen Dreck lesen. Und geteiltes Leid ist ja bekanntlich halbes Leid. Also los. Da ist Christine. Sie hat Petting-Beziehungen mit ihrem Freund Peter. Während Peter aber schon eine ganze Menge Methoden und Techniken beherrscht, ist Christine mit ein bisschen Schmusen und Streicheln ganz zufrieden. Vor allem weigert sie sich strikt, das zu tun, worum Peter geradezu bettelt, sein Glied in den Mund zu nehmen. Es ist richtig, dass sie sich nicht den Wünschen des Jungen unterwirft, aber sie liebt ihn. Sie leidet genauso wie er, dass ihre Wünsche so entgegengesetzt sind. Hier könnte sich sehr wohltuend ein Gespräch zu viert auswirken. Ein Gespräch zwischen Christines Eltern, Christine und Peter. Vielleicht hilft es Christine, wenn sie hört, wie ihre Mutter denkt und sich verhält. Vielleicht kann sie Peter besser verstehen, wenn sie von ihrem Vater hört, dass für einen Mann das Glied kein schmutziges Anhängsel ist, sondern Haut und Fleisch. Wie alle Haut, alles Fleisch, nur viel empfindsamer und reaktionsfreudiger. Ah, okay. Also wenn ein Mädchen etwas schüchtern ist oder die Beziehung langsam angehen will, dann ist das ein Grund dafür, ein Gespräch mit den Eltern zu suchen. Wie soll Peter das denn bei seinen Schwiegereltern einleiten? Ja, also die Christine, die will meinen Schwanz nicht lutschen. Und ich dachte mir, wenn sie ihr erzählen, wie geil das ist, dass sie dann vielleicht das auch mal macht? Aber natürlich, Peter. Wir wollen ja, dass du befriedigt bist und unsere Christine nicht zu brüde wirkt. Ja, genau so. Brauchen Teenager ernsthaft die Hilfe ihrer Eltern, um Sexualität zu explorieren? Muss Christines Mutter ihrer Tochter erzählen, wie geil es ist, Schwänze zu lutschen? In was für einer Welt lebt Kendler, damit er das für den richtigen Umgang damit hält? Warum kann Peter nicht einfach warten, bis Christine sich wohl mit der Situation fühlt und von selbst mehr möchte? Wenn Schmusen und Streicheln ihr reicht, ist das doch gut so. Aber gehen wir mal weiter. Mädchen, die regelmäßig Geschlechtsverkehr haben und alt genug sind, um die Antibabypille zu nehmen, lehnen diese Methode häufig darum ab, weil sie fürchten, die Pille mache dick oder sie nehme die sexuelle Lust. Oft sind das nur vorgeschobene Ursachen für viel tiefer Sitzende, dem Mädchen selbst unbewusste Beweggründe, auf die man erst stößt, wenn die Mädchen schließlich überzeugt worden sind, dass sie falschen Ansichten anhingen. Nehmen sie nun die Antibabypille, dann kommt es nämlich erstaunlich oft vor, dass sie die Einnahme vergessen. Daraus ist zu schließen, dass sich immer noch etwas in ihnen wehrt. Manchmal kommt dann Folgendes heraus. Das Mädchen hat durch seine Erziehung gelernt, sich an zwei Frauenbildern zu orientieren. Die gute Frau hat Geschlechtsverkehr, um ihrem Mann Liebe zu beweisen und um Mutter zu werden. Die schlechte Frau hat Geschlechtsverkehr aus sexueller Lust. Liebe ist für sie nicht so wichtig und Kinder will sie nicht. Sie steht in der Vorstellung des Mädchens in der Nähe der Hure. Ein Mädchen, das derart zwischen guter und schlechter Frau steht, muss die Antibabypille vergessen. Unbewusst beweist ihm dieses Vergessen, dass es ein gutes Mädchen und keine Hure ist. Ja, furchtbar. Frauen wollen keine Hormone nehmen, weil sie Nebenwirkungen haben. Das einfach abzutun, ist selbst zur damaligen Zeit unwissenschaftlich. Den zweiten Punkt kann ich durchaus nachvollziehen, aber ist auch etwas weit hergeholt. Ja, junge Mädchen vergessen häufiger die Pille, aber muss man ihnen ein unterbewusstes Muster unterstellen? Kann es nicht einfach sein, dass sie das genauso wie Turnbeutel aufräumen und Elternzettel abgeben oder Hausaufgaben machen einfach vergessen, weil sie einfach nicht die Disziplin eines Erwachsenen besitzen? Und was ist so schlecht daran, so zu denken? Es gibt faktisch für Männer zwei Arten von Frauen. Frau 1, mit der man rumf***en kann und Frau 2, die man heiraten will und mit der man Kinder haben möchte. Was ist schlecht daran, wenn eine Frau nicht als Hure leben möchte, sondern Tugenden und Werte vertritt und nicht billig sein will? Ist es nicht eher die Gesellschaft, die diese Dissonanz in ihr erzeugt? Hier hast du die Pille, jetzt kannst du dich ausleben. Du hast einen Freund, du musst auch mit ihm schlafen. Es ist vollkommen normal, mit vielen Männern zu f***en, bevor man heiratet. Jungfräulichkeit ist ein Zeichen von Prüderie, muss deswegen losgeworden werden. Und wenn du dich als Frau nicht auslebst, dann bist du einfach nur patriarchal unterdrückt. Also ja, selbst wenn es diese Dissonanz gäbe, wäre die Lösung doch, dem Mädel zu sagen, dass sie Prüder sein darf und nicht rumf***en muss, um ein erfülltes Leben zu haben. Nächstes Beispiel. Der knapp zweijährige Fritz steht im Badezimmer gegen das Waschbecken gelehnt und schaut seinem Vater beim Rasieren zu. Er hat das schon oft getan, aber heute scheint er alles zum ersten Mal zu sehen. Auch, dass sein Vater nackt ist. Der Vater will ein Rasierapparat vorführen, kommt aber nicht dazu, weil Fritz jetzt auf das Glied des Vaters zeigt und fragt, Ist'n das? Das weißt du doch, das ist ein Glied, antwortet der Vater. Will mal antippen, sagt der Junge. Der Vater überlegt blitzschnell und entscheidet, dass er das Antippenwollen nicht abweisen sollte. Er sagt also, ja, das darfst du. Fritz berührt zuerst ganz vorsichtig mit einer Fingerspitze das Glied, dann noch einmal. Plötzlich lacht er und greift fest zu. Au, hör auf, sagt der Vater. Ich reiß doch auch nicht an deinem Glied herum. Kurz später schreibt Kentler zusätzlich, ein anderer Vater hätte den Sohn erst viel später zurückgewiesen. Womöglich dann, wenn er gemerkt hätte, dass sein Glied durch das Angefasstwerden steif wird. Mhm, genau so macht man das als Vater. Wenn Kinder die Genitalien der Eltern anfassen wollen, dann erlaubt man das natürlich. Am besten erklärt man dabei noch, was sie gerade anfassen und was man damit normalerweise macht. Und erst, wenn man dadurch erregt wird, sollte man damit aufhören. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja Eltern, die dann noch erklären wollen, wie Selbstbefriedigung funktioniert oder wie ein echter Orgasmus aussieht. Ganz ehrlich, was ist das hier für ein Dreck? Warum ist das eine Doktorarbeit? Und warum wurden davon 30.000 Auflagen verkauft, ohne dass irgendjemand mal an Kentlers Expertise gezweifelt hätte? Ihr merkt wahrscheinlich, wie ungläubig ich bin, wenn ich das lese. Aber das sind die Worte von damals. Und darauf basiert die ganze Wissenschaft von Kentler. Also die Wissenschaft. Aber macht mir noch ein wenig weiter. Ich will da, dass ihr versteht, wie Kentler tickt, damit wir darauf aufbauen können. Im nächsten Absatz geht es um Aufklärung. Und die Frage eines Kindes im zweiten Fragealter, also zwischen zweieinhalb und drei Jahren. Vati, warst du da, wie ich in Muttis Bauch gekommen bin? Klar war ich da. Ohne mich wärst du überhaupt nicht in Muttis Bauch hineingekommen. Das war so. Deine Mutti und ich waren schon zwei Jahre verheiratet. Wir wussten nun, dass wir uns wirklich mochten. Wir vertogen uns gut. Da beschlossen wir beide, nun wollen wir ein Kind haben. Deine Mutti nahm die Pille nicht mehr. Und wenn wir im Bett lagen und uns gern hatten und uns streichelten, dachten wir an unser Kind. Deine Mutti und ich wussten, was wir machen mussten, um dich zu bekommen. Ein Kind entsteht nämlich, wenn ein Ei und ein Samen miteinander verschmelzen. Im Körper der Mutti ist das Ei, in meinem Körper ist der Samen. Ich muss also meinen Samen in den Körper deiner Mutti hineinbringen. Das geschah so. Du weißt, was für ein schönes Gefühl es ist, zu streicheln und gestreichelt zu werden. Deine Mutti und ich kuscheln sich ganz ineinander. Es ist so schön, dass ich am liebsten in deine Mutti hineinkriechen würde. Von den guten Gefühlen wird mein Glied ganz steif und größer als sonst. Du hast das schon oft gesehen, wenn ich morgens aufstehe. Ich streichle die Geschlechtsspalte deiner Mutti. Das hat sie sehr gern. Du weißt, was für ein schönes Gefühl das ist, wenn du deine Muschi streichelst. Dann gehe ich mit dem Glied in die Scheide. Dadurch werden die schönen Gefühle deiner Mutti und mir noch stärker. Es ist sehr lustvoll für uns beide. Dann kommt plötzlich der Samen aus meinem Glied und wandert zu Muttis Ei. Wenn ein Samen das Ei gefunden hat, dringt der ein. So bist du entstanden. Muss das so grafisch und ausgeschmückt sein? Es geht hier um eine Dreijährige beziehungsweise um eine Zweieinhalbjährige. In dem Alter ist es natürlich gut, dem Kind zu vermitteln, dass Kinder ein Akt der Liebe sind und beide Eltern sich ein Kind gewünscht haben und eventuell das mit dem Genitalien zu tun hat. Aber in dem Fall hätte die Antwort, ja mein Kind, ich war dabei, wie du in Mamas Bauch gekommen bist, vollkommen ausgereicht. Erst wenn das Kind dann noch weiter nachfragt, kann man Detailfragen klären. In vielen Fällen reicht es aber, die konkrete Antwort zu geben, nach der das Kind gefragt hat. Und noch ein wenig mehr. Kinder, die gewöhnt sind, ihre Eltern nackt zu sehen, erschrecken sicher nicht, wenn sie Mutter und Vater aufeinander liegen oder in einer anderen Stellung des Geschlechtsverkehrs sehen. Zumal dann nicht, wenn die Eltern nicht mit Peinlichkeitsgefühlen oder gar mit Wut reagieren, sondern wenn sie ihr Liebesspiel unterbrechen und sich um den kleinen Eindringling und störenfried kümmern. Vielleicht können die Eltern ihre sexuellen Wünsche zurückstellen, nur zärtlich zueinander sein und in diese Zärtlichkeiten ihr Kind einschließen. Kurz später schreibt er weiter, nicht übereinstimmen kann ich allerdings mit der Ansicht, Kinder könne man getrost beim Geschlechtsverkehr der Eltern zugucken lassen. Ich würde mich durch Zuschauer, auch wenn der Zuschauer mein Kind ist, gestört fühlen. Ich hätte außerdem Sorge, dass das Kind sich ausgeschlossen fühlt oder dass es den Geschlechtsverkehr falsch versteht und nicht als einen Ausdruck der Liebe, sondern als aggressives Geschehen auffasst. Also ja, ein Kind kann auch mal reinplatzen, dann hört man eben auf und fragt das Kind, was es braucht. Häufig hat es schlecht geträumt oder komische Geräusche gehört oder wollte etwas trinken. Sobald das Bedürfnis gestillt ist, kann man dann ja weitermachen und das Kind wieder ins Bett stecken. Das Kind in die Zärtlichkeiten einzuschließen, klingt an der Stelle mehr als falsch. Ich will hier aber auch nichts unterstellen. Der zweite Absatz ist da auch deutlich heikler. Also das Problem mit Kindern, die zuschauen, ist nicht etwa, dass es nicht für Kinderaugen gedacht ist, sondern nur, dass sie eventuell eifersüchtig sein könnten, nicht mitmachen zu dürfen oder sie das Ganze falsch interpretieren. Zum Beispiel als Raufen oder Gewalt zwischen Menschen. Sonst will Kentler doch auch immer aufklären. Das könnte man dem Kind doch erklären und es damit auflösen. Kentler gibt hier sogar selbst zu, dass es seltsam wäre, dabei vom eigenen Kind beobachtet zu werden. Vielleicht aus Schamgefühl? Oder weil es einen moralischen Kompass gibt, der das falsch findet? Darauf geht er aber nicht genauer ein. Er schreibt sogar ein paar Seiten vorher, Schamgefühle sind anerzogen. Es hängt weitgehend von den Eltern ab, ob Kinder Schamgefühle entwickeln, wovor und wie stark sie Scham empfinden. Das heißt, warum schämt er sich denn, vor seinem Kind Sex zu haben? Das ist doch nur anerzogen. Es ist in sich nicht konsistent, was dieser Mann von sich gibt. Entweder es ist sozial konstruiert, dann ist es doch nicht schlimm, das zu dekonstruieren. Dann wäre es doch okay, vor dem Kind Sex zu haben. Oder es ist natürlich und Gott gegeben, dann hat es auch sein Daseinsprächtigung und es etwas ganz Natürliches, ein Schamgefühl zu haben und Kinder nicht in die Erwachsenensexualität einführen zu wollen. Aber wie soll es auch anders sein? Sonst passt es ja nicht zur Genderideologie und dem sozial konstruierten Geschlecht. Hier schreibt Kentler, Seine Argumentation baute übrigens auf Beobachtung von Naturvölkern wie den Chambri, den Arapesh und den Mundugumor auf, wo die Geschlechterrollen anders als bei uns gelebt werden. Das genaue Aufzudröseln würde hier den Rahmen sprengen, aber wer sich dafür interessiert, kann gerne die Völker selbst recherchieren. Und jetzt reicht es auch mit diesem verdammten Buch. Mehr Aufzüge tue ich weder mir noch euch an. Das, was ich gerade vorgelesen habe, dieser perverse, verquerte Dreck hat dazu geführt, dass Kentler zu einem Doktor ernannt wurde und danach zum Professor an der Hochschule Hannover für die Ausbildung von Berufsschullehrern für Sonderpädagogik. Bis 1996 unterrichtete er in Hannover genau dieses Zeug. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass Pädagogen, mit denen ihr in eurer Schulzeit zu tun hattet, von Kentler selbst oder Kentler-inspirierten Pädagogen unterrichtet wurden. Das heißt, ihr seid durch diesen Dreck mitgeprägt worden. Aber es geht ja weiter. Es hört ja leider nicht mit der Doktorarbeit auf. Kentler wurde als Star der Sexualerziehung und als Obergutachter der Nation in Fragen der sexuellen Erziehung in Radio und Fernsehen hofiert. Das heißt, er galt als Koryphäe und absoluter Fachmann für diese Themen. Das reichte ihm aber nicht. Er wollte Einfluss auf die Politik nehmen und dafür sorgen, dass Kinder ein Recht auf Sexualität bekommen. Das heißt, die beiden Paragrafen zum Kindesmissbrauch sollten abgeschafft werden. Ab 1980 war Kentler deswegen Kurator der Deutschen Studien- und Arbeitsgemeinschaft Pädophilie, welche nach ihrer Auflösung durch die Arbeitsgemeinschaft Humane Sexualität fortbestand. Beide Organisationen hatten das Hauptziel, die Pädophilie zu verharmlosen und salonfähig zu machen. So wirkten sie auf diverse Politiker, vor allem Jungdemokraten, FDP und Grünen ein, um eine Straffreiheit der Pädosexualität durchzusetzen. Nur damit es nicht falsch verstanden wird, die Jungdemokraten sind keine jungen CDUler, sondern das sind die jungen Linken. Das heißt, Linke, Grüne und FDP, was für ein Bündnis, arbeiten gemeinsam daran, die Pädophilie in Deutschland zu legalisieren bzw. Kindesmissbrauch nicht mehr strafbar zu machen. Ich zitiere hier mal den Spiegel aus dem Jahr 1980. Mal tönt es edel wie im Jahr des Kindes. Kinder sollen lieben dürfen, wen sie wollen. Dann wieder ist grölig davon die Rede, die Sau rauslassen oder in sich selber den Sittensträuch zu entdecken. Und genau das war damals die Stimmung. Kinder haben eine eigene Sexualität, die auf keinen Fall unterdrückt werden darf und auch die erwachsene Sexualität darf unter keinen Umständen auf irgendeine Weise unterdrückt werden. Ich zitiere weiter aus dem Spiegel. Es sei pervers, den Kindern ihre Sexualität zu stehlen, klagt beispielsweise Ben Bendig, Sozialarbeiter und Vorstandsmitglied der DSAP. Pervers sei es auch, Kindern bei der Entfaltung und Kultivierung ihrer Sexualität allein zu lassen. Der in Holland lebende Pädophile HDS, Scheller, spricht sogar von einer ethisch-moralischen Sendung des Pädophilen. Auch hier sieht man ganz gut die linksgrüne Mentalität und das Appellieren an das moralisch richtige Handeln. Es ist moralisch richtig und wichtig, dass Kinder ihre Sexualität entfalten dürfen und pervers ihnen ihre Sexualität zu stehlen. Ich zitiere mal noch weiter. Da die Pädophilen selber meist kindlichen Gemüts ein adäquates Interesse an ihren kleinen Liebespartnern haben, sprechen ihnen ihre Propagandisten eine besondere Fähigkeit zur Einfühlung in die kindliche Psyche zu. Pädophile kümmern sich liebevoll, insbesondere um solche Kinder, die in zerrütteten Familien ohne Wärme und Geborgenheit aufwachsen. Oh ja, genau das ist der Punkt. Pädophile sind so gute Menschen, dass sie selbst quasi noch verspielte Kinder sind und sich deswegen perfekt in die kindliche Psyche einfühlen können. Und da kommt dann auch Kendler ins Spiel. Ich zitiere weiter. Der Sozialpädagoge Helmut Kendler sieht in derart innigen, ja auch intimen Beziehungen zu einem erwachsenen Menschen für besonders schwer geschädigte Kinder und Jugendliche sogar eine Möglichkeit der Therapie. Seiner Meinung nach verrichten Pädophile mitunter fast so etwas wie eine zärtlichere Variante von Sozialarbeit. Ja, danke Kendler, ne? In Kendlers Manuskript zu Eltern unter Verdacht vom Missbrauch des sexuellen Missbrauchs schreibt er folgendes. Ich habe in der überwiegenden Mehrheit die Erfahrung gemacht, dass sich päderastische Verhältnisse sehr positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Jungen auswirken können. Vor allem dann, wenn der Päderast ein regelrechter Mentor des Jungen ist. Hat jetzt sonst noch jemand Brechreiz? Das stand so im Spiegel. Der Spiegel war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch ein recht hochwertiges Magazin. Aber diesen Dreck hat er einfach so unreflektiert gedruckt, ohne jegliche Gegendarstellung. Und ich will hier mal ausdrücklich betonen, dass das nicht die Mehrheitsmeinung zu der Zeit war. In den 70ern und 80er Jahren wurde die Pädophilie-Debatte als Teil der neuen sozialen Bewegung von der breiten Öffentlichkeit abgelehnt. Die Forderung, die beiden Paragrafen 174 und 176 abzuschaffen, war ebenfalls keine Mehrheitsmeinung, sondern die Ideologie weniger Wissenschaftler und Politiker, die glaubten, dass liebevolle Pädophilie etwas Heilbringendes ist. Und ich möchte hier mal den Paragrafen zeigen, damit jeder weiß, was da drin steht. Also Paragraf 176 sexueller Missbrauch von Kindern. Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer erstens sexuelle Handlungen einer Person unter 14 Jahren Kind vornimmt oder an sich von einem Kind vornehmen lässt. Zweitens ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen einer dritten Person vornimmt oder von einer dritten Person an sich vornehmen lässt. Drittens ein Kind für eine Tat nach Nummer 1 oder Nummer 2 anbietet oder nachzuweisen verspricht. Bei Schutzbefohlenen gilt hier übrigens 18 Jahre als Schutzalter. Das heißt, wenn ein Lehrer ein sexuelles Verhältnis mit einem Schüler eingehen will, ist dies unter 18 Jahren strafbar. Selbst wenn es einvernehmlich wäre. Das regelt dann der Paragraf 174. Aber ganz ehrlich, wenn die Wissenschaft in Form von wenigen fragwürdigen Experten drei politische Parteien dazu bringt, diese Paragrafen abschaffen zu wollen, dann haben wir entweder ein riesen Pädoproblem in der Politik oder Abgeordnete mit fehlendem moralischen Kompass. Beides gleichschädlich für eine Gesellschaft. Aber gut, zurück zu Kentler als Person. Dieser verfasste und veröffentlichte regelmäßig Schriften über sexualpolitische Themen und versuchte, die Pädosexualität zu normalisieren und wurde trotz bzw. aufgrund dieser zum absoluten Experten, was kindliche Sexualität angeht. Und genau aufgrund dieser Expertise kam es zu den sogenannten Kentler-Fällen. Ab 1969 war Kentler Leiter der Abteilung Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung des Pädagogischen Zentrums in Berlin. Zusammen mit seinen Mitarbeitern suchte Kentler nach Wegen, die Unterbringung von Kindern auf progressive Art neu zu gestalten. Dabei wurde er auf die Versuche aus Holland und den USA aufmerksam, wo versucht wurde, pädophile Pflegestellen für jugendliche Herumtreiber einzurichten. Dadurch die Liebe und Zuneigung pädophiler Pflegeväter, die verhaltensauffälligen Jungen in ein geordnetes Leben zurückfänden. So wurden zuerst mehrere 13- bis 15-jährige Jungen, die Kentler selbst als behindert bzw. retardiert einstufte, aus der Obhut des Jugendamtes zu pädophilen Männern in Pflege gegeben. Alle drei Pflegeväter waren verurteilte Pädophile. Kentler hatte diese Pflegeväter übrigens Hand verlesen, also durch Bekanntschaften der Berliner Stricher-Szene und übernahm dann die Supervision des Experiments. Kentler war vollkommen bewusst, dass die Pädophilen sich an den Kindern vergehen würden. Hielt das aber für etwas Positives für die kindliche Entwicklung und Bindung zu Menschen und sah diese Bindung als Voraussetzung für die Resozialisierung der Jugendlichen. Für Kentler also eine klassische Win-Win-Situation. Seine pädophilen Freunde bekommen, was sie brauchen und die Kinder werden resozialisiert und mit Liebe überschüttet. 1973 wurde dann die Pflegestelle Fritz H. eingerichtet. Bis 2003 wurden bei ihm insgesamt zehn Jungen untergebracht, das jüngste Kind war fünf Jahre alt. Trotz seiner vielen Vorstrafen galt Fritz H. als Glücksfall für das Jugendamt. Erst 2017 gingen zwei von seinen Pflegekindern und dem Pseudonym Marco und Sven an die Öffentlichkeit. Unter anderem nahm sich dann der Spiegel ihrer Geschichte an. Berliner Jugendamt vermittelt Kinder an Pädophile. Von mir hat er auch Videos gemacht, in der Badewanne und so. Das Berliner Jugendamt gab jahrelang Pflegekindern die Obhut pädosexueller Männer. Zwei Betroffene berichten nun erstmals von ihrem Leid. Der Spiegel schreibt über die Erfahrungen von Marco. Es war ein Abend im Herbst 1989. H. kam ins Zimmer. Er sagte, er möchte kuscheln. Dann forderte er, dass Marco seinen Penis in den Mund nimmt. Das machen Söhne mit ihrem Papa so. Wenn sie sich lieb haben, erklärte er ihm, als er nicht sofort mitmachte. Marco war sieben. Er glaubte ihm. An dem Abend drang H. anal in ihn ein. So schilderte es Marco. Zehn Jahre lang habe H. ihn missbraucht, sagte er. Die ersten Jahre habe ihn etwa einmal pro Woche zu sich in sein Schlafzimmer gerufen oder ihm aufgelauert, wenn er nachts zur Toilette ging. Oft habe er danach am Hintern geblutet, sagt Marco. Das ist normal. Das hört wieder auf, habe H. gesagt. Die Narben hat er heute noch. Marco geht davon aus, dass er auch im Schlaf missbraucht wurde. H. habe ihm Tabletten gegeben, die ihn müde machten. Wie verstörend der Alltag mit Fritz H. war, wird weiter unten im Artikel geschildert. Sie sagen, H. hatte die unterschiedlichsten Strategien. Er drohte ihn, damit sie nicht redeten. Sven äffte ihm nach. Was ist los mit dir? Willst du ins Heim? Ich bring dich ins Heim. Sie sagten, er belohnte sie, wenn sie bei den sexuellen Übergriffen mitmachten. Mit Geld oder Spielzeug. Wenn du jetzt einen Steifen kriegst, bekommst du ein neues Nintendo-Spiel, machte Marco H. nach. Sie sagen, er erklärte den Missbrauch zur Normalität. Er machte klar, dass sie ja etwas davon hätten, bei ihm zu leben. Einmal sei H. mit Marco zum Bahnhof Zoo gefahren und habe ihm die Stricherjungen gezeigt. Die machen es für Geld, aber die haben kein Zuhause wie du. Ein anderes Mal habe er Videos von sexuellen Übergriffen mit einem Bekannten getauscht und dabei zu Marco gesagt, dass dieser auch Videos mit seiner Tochter mache. Sie sagen, sie durften nie auf Klassenfahrt. H. erlaubte es nur selten, dass Freunde nach Hause kommen durften. Und wenn, dann erzählte H. ihnen, dass Marco ein Lügner sei, dem sie nichts glauben dürfen und Sven ganz viel Fantasie habe. Sie sagen, H. zerstörte ihr Vertrauen in Lehre und die Behörden. Alles, was vom Amt kam, war schlimm, sagte Sven H. H. warnte Marco, dass sie in der Schule Tests mit ihm machen würden und dass er vorsichtig sein soll. Die würden etwa fragen, ob er das Schlafzimmer von H. malen könne oder seinen Penis gesehen habe. Dann soll Marco einfach einen Stuhl schmeißen oder Lehrer per Mittelfinger beleidigen. Trotz diverser Auffälligkeiten der Pflegekinder und diversen Anhörungen vor dem Familiengericht wurde H. nicht gestoppt. Alle Warnzeichen wurden ignoriert und dies wahrscheinlich, weil Helmut Kentler immer wieder für ihn eintrat. Kentler schreibt zum Beispiel über H. in internen Akten. Aus jahrelanger Begleitungserfahrung kann ich sagen, dass Herr H. mit derart positiven Ergebnissen seinen pädagogischen Aufgaben nachgeht, dass ich immer wieder überrascht bin. Er könne H. nur empfehlen, dieser sei ein pädagogisches Naturtalent. Kentler deckte also H. bewusst, obwohl er wusste, was bei ihm zu Hause mit den Kindern passiert. Weiter unten im Artikel schreibt der Spiegel nämlich über Kentler Folgendes. Kentler machte gar keinen Hehl daraus, dass die Pflegeväter Sex als Gegenleistung für ihren Einsatz erwarten dürfen. 1980 erzählte in der Zeitschrift konkret Sexualität, die Geschichte eines 13-Jährigen. Ulrichs Vorteil war, dass er gut aussah und dass ihm Sex Spaß machte. So konnte er pädophil eingestellten Männer, die sich um ihn kümmerten, etwas zurückgeben. Kentler war sich bewusst, dass er das Recht bricht. Etwa zehn Jahre nach Beginn des Projekts mit den pädophilen Pflegevätern schrieb Kentler, ich kann diese Geschichte heute berichten, weil die Straftaten, die alle Beteiligten begehen, inzwischen verjährt sind. Das heißt, Kentler kann sich nicht rausreden. Er hat gezielt in Kauf genommen, dass Kinder sexuell misshandelt werden. Er hat gezielt Männer ausgewählt, die schon Täter waren, und ihnen damit einen Gefallen getan, ihre Neigung unter dem Schutz der Behörden auszuleben. Es ist einfach nur widerlich. Die Sozialarbeiter von damals bestreiten übrigens, bis heute von den pädophilen Neigungen der Ziehväter gewusst zu haben und waschen ihre Hände in absoluter Unschuld. So wie man es eben macht, wenn man sich für sein Verhalten schämt, man verdrängt es. Weder Kentler noch Haar wurden übrigens für ihre Straftaten verurteilt und das, obwohl zur damaligen Zeit Sex mit Kindern und sogar noch zwischen zwei Männern strafbar war. Kentler machte sich damit der Kuppelei schuldig, aber nachdem mittlerweile ja alles verjährt ist, ist wohl auch nicht mehr zu erwarten, dass es irgendwelche Konsequenzen für irgendwelche Beteiligten hat. Vor allem ist Kentler ja mittlerweile auch tot. 2015 gab es uns eine größere öffentliche Debatte darüber und es begann eine teilweise Aufarbeitung. Es wurde sogar in einer Hildesheimer Studie ein ganzes pädophiles Netzwerk nachgewiesen, welches mindestens 50 Sozialarbeiter beinhaltet, die aktiv Kinder an Pädophile vermittelt haben. Wie groß die Zahl der Opfer aber ist, lässt sich nur spekulieren. Gerichtsprozesse laufen noch bis heute und erst zwei Opfer, deren Leben komplett ruiniert wurde, wurden mittlerweile mit jeweils 50.000 Euro entschädigt. Also 50.000 Euro für teilweise zwölf Jahre Dauervergewaltigung und immense psychische Belastung. 50.000 Euro für ein zerstörtes Leben. Danke Deutschland. Danke, dass du Pädophile schützt und Opfer nicht einmal ansatzweise fair entschädigst. Und danke Deutschland, dass dank deiner fehlenden Mithilfe bei der Aufklärung noch heute Pädophile ungeschoren davon kommen. Wie kann es überhaupt sein, dass sowas verjährt? Wenn es schon Leute gibt, die sich trauen, sich beim Staat zu melden, eine Anzeige zu stellen, ihr Trauma aufzuarbeiten, sich der Charme zu stellen, als junger Mann nicht stark genug gewesen zu sein, Grenzen zu benennen, die vielleicht dachten, dass es richtig war, vergewaltigt zu werden, sie es selbst die Schuld geben. Warum lässt man diese Leute im Stich? Und wer noch tiefer in dieses Thema einsteigen möchte, kann sich gern die Doku Kendlergate, Kindesmissbrauch in staatlicher Verantwortung anschauen. Diese geht sehr genau auf viele der Punkte und den aktuellen Aufklärungsstand ein. Ich möchte übrigens nicht grundsätzlich alles verteufeln, was Helmut Kendler jemals geschrieben hat. Gerade was Verhütung und sexuelle Aufklärung angeht und auch emanzipierte Jugendarbeit ist da durchaus mal was Positives dabei. Aber das wird so massiv überschattet von diesem extremen Adultismus und der genitalen Sexualisierung von Kindern. Wir wissen heute nicht, wie der kulturelle Horizont von ihm war, wie nötig eine solche Gegenbewegung und wie eingeschränkt sich Kendler selbst in seiner Sexualität gefühlt hat, damit er so engagiert gegen den Zeitgeist vorgehen wollte. Ich weiß auch nicht, ob Kendler nur homosexuell oder auch pädophil war. Aber selbst wenn es ihm nur um seine Freunde ging, ist doch die Frage, warum er deren Neigung über die Unversehrtheit von Kindern gestellt hat. Eine Neigung führt ja nicht automatisch zu deren Umsetzung. Und es gibt genug Möglichkeiten, die eigene Triebhaftigkeit zu überwinden, ohne sie an Kindern auszulassen. Generell scheint das aber ein Problem zu sein. Also wie geht man mit den eigenen Trieben um? Darf oder sollte man diese immer und überall ausleben dürfen? Sollte man sich selbst zensieren oder sogar enthaltsam leben? Diese Frage wurde weder in der sexuellen Revolution noch danach in irgendeiner Art und Weise aufgearbeitet, was heute dazu führt, dass die Menschen zum einen maximal übersexualisiert sind und das Thema omnipräsent im Alltag vorherrscht. Zum anderen aber die junge Generation weniger Sex hat als alle zuvor. Diese Dissonanz gilt es doch aufzulösen, bevor man versucht, immer weiter zu gehen und immer weiter voranzuschreiten. Zudem wird gerade jedem Mann automatisch unterstellt, dass er ein sexueller Triebtäter ist. So müssen zum Beispiel Erzieher oder andere Personen, die mit Kindern arbeiten, deutlich mehr darauf achten, dass sie nie mit den Kindern alleine sind, das Wickeln nur mit offener Tür oder in Anwesenheit von Kolleginnen erfolgt oder ähnliches. Was ist das denn für eine Welt? Warum reden wir nicht über dieses Thema? Warum darf man nicht ansprechen, dass die sexuelle Revolution vielleicht auch Nachteile mit sich gebracht hat, dass Bindungsprobleme vorherrschen und viele junge Menschen gar nicht mehr wissen, was ihnen gut tut? Dementsprechend bin ich mir ziemlich sicher, dass die Menschen in 100 Jahren ebenfalls verurteilen werden, was wir heute für richtig und normal halten. Mein Anliegen ist also hier nicht plump gegen Kendler zu hetzen, sondern aufzuzeigen, wo er falsch abgebogen ist und was passiert, wenn staatliche Institutionen eine Ideologie unterstützen und nach dieser handeln. Man muss solche Dinge aufarbeiten und darf sie nicht einfach unter den Teppich kehren. So wie es leider pro Familia, also die Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V. Bundesverband macht. In einer 2019 veröffentlichten Stellungnahme zu Helmut Kendler distanzierte sich der Verband immerhin von den pädofreundlichen Positionen Kendlers, stellte aber die Prinzipien der Sexualpädagogik, die zum großen Teil auf Kendler und dessen pädokriminelles Gedankengut zurückgehen, keineswegs in Frage. Daran hat sich auch bis zum heutigen Tag nichts geändert. Kindliche Sexualität, unbegrenzte Selbstbestimmung, Kritik an tradierten Geschlechterrollen, Lernen durch Tun, Maximierung der Lust sind noch immer die Basis der Aufklärungsarbeit von Pro Familia an Schulen und Kitas. Zum Abschluss zitiere ich noch Marco, einen der Betroffenen des Kendler-Experiments. Die überdrehte Sexualität in unserer Gesellschaft stachelt die Täter ja noch an, übergriffig zu werden. Die verstehen Sex als ihr gutes Recht, um jeden Preis, die ganz natürlichen Schamgrenzen unserer Kinder kaputt zu machen, macht die Kinder wehrlos gegen diese Angriffe. All das ist das Produkt der Sexualerziehung von Helmut Kendler und anderen. Der Kindesmissbrauch ist dabei kein Ausrutscher einer sonst guten Idee. Er gehört zur inneren Logik. Kendler hat das offen angesprochen. Diese Sexualerziehung, die den Pädosexuellen das schlechte Gewissen nimmt und Kinder ausliefert, ist im Kern heute noch da. Darin ist eine Anleitung zum Missbrauch, auch wenn das kaum einer versteht. Und genau so ist es. Kendler ist zwar im Jahre 2008 verstorben, aber seine Gedanken leben weiter. Heute unter den Begriffen wie MAP, also Minor Attracted Person, zu deutsch von Kindern sexuell angezogene Person. Sie leben weiter in der Genderideologie und weiter in den politischen und behördlichen Strukturen in Deutschland. Es traut sich nur niemand, dieses Kartenhaus zum Einsturz zu bringen. Vielleicht auch, weil der Einsturz dieses Kartenhauses alle in den Abgrund mitreißen würde. Das war's dann auch für heute. Eigentlich dachte ich ja, mit dem Video wäre das Thema Pädophilie jetzt erledigt, aber es steht ja noch das Video zu den Grünen an. Damit ihr das Video nicht verpasst, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke. Und sofern euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schonungslos over and out.